Ja, hier ist Christian Himschelmeier, Paartherapeut, Psychotherapeut und erst mal Videoblog rund um die Themen Lading, Beziehung und Liebe. Es gibt einen 40-Euro-Code für Kurspakete, die ich habe. Der heißt Bundle40 und auch für meinen Liebeschip Pro-Kurs, der ist ja auch recht teuer, also so für den letzten Schliff. Wo man sich nochmal mit seinen eigenen Schattenseiten auseinandersetzt und vielem anderen mehr. Für ihn gilt auch dieser 40-Euro-Code. Bis Sonntag. Hat mein Freund sich geändert, ist heute die Frage. Hallo Christian, ich bin Fan deiner Arbeit und sehe an deinen Kursen gewachsen. Mir bleibt ein Problem. Ich behalte ein Unbehagen beim Gedanken, belogen zu werden. Selbst wenn ich mich im Alltag von schlechten... Das ist aber komisch, dass du nicht gern belogen hast. Was für ein Unbehagen, Mensch. Selbst wenn ich mich im Alltag gut von schlechten, ängstlichen und vorsichtigen Gefühlen befreien kann und schnell wieder entspannt bin und in Kontakt zu meinem Freund gehen kann, bleibt der Gedanke, dass ich sicher sein will, nicht belogen zu werden. Ungewöhnliches Verlangen, ey. Wir haben eine lange Geschichte mit Bindungsangst und vermeidendem Verhalten seinerseits, das zum Teil massives Fremdflirten beinhaltete. Wir haben beide viel für die Öffnung füreinander getan und fühlen uns nach wie vor sicher, dass wir hochkompatibel sind. Und ja, das denken leider alle, die in hochtoxischen Beziehungen sind, dass sie total kompatibel sind. Erstmal. Weil das fühlt sich zwar hochkompatibel an, aber eigentlich ist es die Chemie so, ne? Und die Kompatibilität sieht man daran, ob man eben sich gut fühlt in einer Beziehung, ne? Und man die gleichen Standards hat. Also woraus du jetzt bisher so siehst, also ihr habt hohe Chemie, aber ich würde das jetzt nicht, also bis hierhin nicht unbedingt Kompatibilität nennen, so, ne? Die einzige Ausnahme, die einzige Ausnahme, ist sein früheres Sexualverhalten. Um sich zu betäuben und es sich schön zu machen, hat er ziemlich lustorientiert gelebt, viele Sexualpartnerinnen pro Jahr gehabt, ähm, und war durchgehend bei mehreren Dating-Apps angemeldet. Ja, ich hab da jetzt keine Wertung zu, also man kann sein Leben so leben, machen, glaube ich, viele. Ist die Frage halt immer, ob das offen ist oder ob man dafür Leute belügt, so. Ähm, so, wir hatten jetzt einige Zeit eine oberflächliche Beziehung, die er mit Gefühlsbekundungen vertieft hat, sich dann aber nicht öffnete und verbindlich wurde. Ja, würde ich jetzt sagen, er hat nicht klar kommuniziert und vermute ich mal. Aber gut, das jetzt aus ein paar Sätzen rauszulesen. Mir ging es zwischendurch nicht gut, nachdem ich den Standard erhob, dass wir eine gute Beziehung führen müssten, eine richtige Beziehung führen müssten. Wahrscheinlich, weil es dir nicht gut ging, finde ich. Super, ich würde das auch viel früher machen, nicht erst nach vielen Monaten. Also, ich würde wirklich gucken, steht auf meiner, macht euch eure Standards und Deal-Waker-Liste, macht Modul 1 und guckt auch drauf, steht da drauf, Freundschaft Plus. Äh, wenn da Freundschaft Plus nicht draufsteht und da kommt jemand und egal wie heute er aussieht, wenn er sagt, Freundschaft Plus, Freundschaft Plus, dann sagt er, steht auf meiner Liste nicht drauf. Also, das ist die Härte, die man haben muss heutzutage beim Dating, dass man sagt, nein, möchte ich nicht. So, äh, das, ich meine, du machst das jetzt, ich, keine Ahnung, wann du auf meine Arbeit gekommen bist, würdest du viel früher machen, weil darum geht's auch, dass man für sich einsteht, ne? Ähm, also ich hab dann gesagt, wir müssen eine richtige Beziehung führen oder ich würde gehen. Und dann hat er auf einer Party jemanden geküsst, also ich hab jetzt verstanden, danach, den der Blitz verliebt war und mit dem er die ganze Nacht durch noch Sex in Betrieb, äh, ich weiß nicht, mir würden dann die Haare zu Berge stehen, aber ich weiß es nicht, wenn das für dich richtig ist, keine Ahnung, aber er hat sich wieder, du hast jetzt einen Standard gesetzt und er hat gesagt, scheiß ich drauf. Also, vielleicht hat er es nicht gesagt, scheiß ich drauf, aber sein Verhalten sagt natürlich, nein, ich halte deinen Standard nicht. Was machst du denn jetzt? Wieder verzeihen, noch eine Chance geben, musst du wissen, ne? Das ist immer die Frage, ist es Liebe oder ist es Bedürflichkeit, so, ne? Ähm, so, er schlief eigentlich nur aus irgendwelchen, äh, ja, bestimmten Gründen nicht mit ihr. Gut, aber wie gesagt, vielleicht, ich weiß es nicht, jetzt hattet ihr ja bis hierhin offensichtlich so eine Art Freundschaft plus, nur, wenn er jetzt gesagt hat, ja, wir haben jetzt ab jetzt eine Beziehung, dann heißt er, ich habe jetzt betrogen, äh, müssen wir das ja mal so sagen dann, ne? So, äh, gut, also schlafen oder nicht mit ihr, ähm, und er sagt jetzt Schnee von gestern. Ja, ja, es ist, äh, ja, gut. Ich kann die Angst, dass etwas an mir vorbeigeht, nicht gut ablegen. Ja, das wundert uns jetzt bestimmt alle sehr, ähm, ich fühle mich bei ihm nicht sicher, obwohl der Unterschied in unserem Kontakt seit einer mehrmonatigen Trennung, die ich vor einiger Zeit vollzogen habe und unserem neuen, jetzt mehrmonatigen Kontakt, jetzt überdeutlich ist und ich merke, dass wir uns erst jetzt richtig emotional begegnen und auch jetzt, jetzt er richtig da ist. Was mache ich? Gut, ich weiß jetzt nicht, äh, wann das jetzt war mit dieser Party, ehrlich gesagt. War das jetzt schon in diesen neun, drei Monaten? Also, was auch immer du machst, würde ich immer überlegen, warum machst du das? Weil, wofür ist dir so wichtig, dass dich jemand ändern willst? Also, wolltest du schon Mami ändern, Papi ändern? Weil, ich sag ja immer, wie das Bild mit den Blumen, du kannst in den Blumenladen gehen und kannst sagen, ich hätte gerne Blumen oder du kannst in den Blumenladen gehen und kannst sagen, ich hätte gerne Blumensamen und die pflanzt du erstmal ein und gießt sie und guckst, was dann nach dem Jahr rauskommt und du hast aus den Samen jetzt Blumen geworden. Ich meine, der Vergleich hing natürlich jetzt ein bisschen, aber, äh, oder du kannst sagen, ja, brauche ich das unbedingt, in einer Beziehung zu sein, wo jeder, jemand sich erstmal ändern muss? Also, ich sag's deswegen, weil das ist so das Thema im Pluswohl. Dass man immer will, dass der andere sich ändert, anstatt zu sagen, hey, also da, und da, da ist schon die Frage, wo seid ihr da jetzt hochkompatibel? Weil, eigentlich seid ihr da nicht kompatibel, weil, da muss ich ja ändern, ne? Gut, jetzt sagst du, er hat sich geändert. Ich weiß es nicht. Ich kenne deinen Freund nicht. Ich will jetzt niemandem irgendwas unterstellen. Ähm, wenn ich in deiner Situation wäre, würde mir auch der Arsch auf Grundeis gehen, weil ich einfach weiß, aber das mache ich jetzt mit meinem Jobzusammenhängen, wo ich natürlich jeden Tag diese Geschichten höre, oder dass Leute sich in der Regel nicht so schnell erinnern. Ähm, aber gut, du hast jetzt seinen Standard gesetzt. Scheinbar läuft es jetzt anders. Ähm, du hast dich dafür entschlossen, das zu machen. Ich würde auf dein Bauchgefühl hören, weil das Bauchgefühl, das Bauchgefühl ist leider leise. Das haben ja halt alle verlernt, darauf zu hören, aber ich würde trotzdem das üben, weil das Bauchgefühl wird dich nicht trügen. Und wenn du da irgendwo eine riesen Rauchwolke siehst, dann würde ich nicht denken, oh, ich bilde mir jetzt diese Rauchwolke ein, sondern würde denken, okay, ist da Feuer? Ne? So, das mache ich mit Bauchgefühl. Und, ähm, ich glaube, du kannst da relativ entspannt sein, weil ich vermute mal, dass du relativ schnell merken wirst, ob das läuft oder nicht jetzt. Ähm, weil bisher ist das ja auch mal gemerkt. Und ansonsten würde ich immer mental vom Best-Case-Szenario ausgehen. Ich würde jetzt nicht das durchspielen schon, was er alles machen könnte, weil dann geht es dir garantiert schlecht. Also, wenn du jetzt sagst, hey, ich probiere das aus, wenn du vielleicht, ähm, weiß nicht, wo du dich da jetzt schützen musst, vielleicht auch, ähm, an verschiedenen Stellen. Das musst du entscheiden. Ähm, äh, keine Ahnung. Ähm, ähm, dass, äh, ob er natürlich nicht so gut ist. Also, ob er vielleicht, also, besonders sicheren Sex haben muss. Also, ich weiß es nicht. Das musst du wissen. Ähm, aber, äh, natürlich macht es jetzt keinen Sinn, sich ständig mit Worst-Case-Szenarien auseinanderzusetzen, sondern ich würde schon dann auch überlegen, okay, was wäre jetzt mein Best-Case-Szenario mit diesem Menschen. Das würde ich schon, das würde ich schon machen. Wenn du jetzt sagst, ich probiere es weiter aus. Und weil du wirst es, denke ich, merken, ne? Ja, aber ich würde jetzt nicht hart mit mir selber ins Gericht gehen, dass ich jetzt nicht vertrauen kann groß. Worauf soll denn dieses Vertrauen sich gründen? Also, wüsste ich jetzt nicht. Na, das muss er sich ja wohl erst mal erarbeiten dann, ne? Also, ich bin gespannt und schreib mir noch gerne mal nach ein paar Monaten. In diesem Sinne, wir werden das bald wieder. Bis zum nächsten Mal.